Hey Leute, mal wieder willkommen zu einer Runde TrapSG. Ich habe hier einen ziemlich beschissenen Spawn. Und ich glaube, ich renne einfach einfach direkt raus. Das ist zwar an sich eine ziemlich blöde Idee, vor allem wenn man auf dem Server mit Schutzzeit spielt, aber an der Stelle war es dann wirklich einfach zu do vom Spawn her. Und ich hasse diese Enchanting Table-Kisten, vor allem wenn man die am Anfang bekommt. Nice, das war richtig hart, Klaus. So. Die hat zwar nichts, aber trotzdem. So, dann hätte ich den Trank verspendet gehabt, weil ich das nicht gesehen habe, dass sie nichts hat. Dann hätte ich ein bisschen vorsichtiger sein sollen. Ähm. Nice, das ist ja schon mal eine schöne Waffe. Der Sound hat mich gerade einfach richtig erschrocken. Und ich weiß nicht warum. Ich habe jetzt noch eine Kiste, die ich übersehen habe. Aber das ist mir jetzt einfach mal egal. Ich habe das Gefühl, ich printe nicht mehr. Also den Berg hoch geht mit den Zombies hier nicht wirklich. Doch, sprinten ist ganz normal. Okay, die ist jetzt leer, die Kiste. Und ich glaube, die Zombies ist einfach weg. Das ist die beste Entscheidung, die man da treffen kann. Die ist garantiert auch schon leer. Ja, nein. Ich will hier auch einfach quasi in mir spawnen. Weil ich sehe die ja immer noch kurz, wenn sie auftauchen. So, jetzt ist es für den Tag. Dann gucken wir mal auf der Spieler da vorne. Auch so gut. Jo. Was ist mit meiner Framerate los? Ich weiß, das ist dumm, da ich dem hinterherrenne. Ich wäre auch One-Hit, aber... Naja, er kann sie auch einfach selbst umbringen durch Fallschaden. Seht ihr, wäre ich nicht hinterhergerannt. Wäre aber nicht mehr weggerannt, hätte ich ihn nicht getötet. Also, ich habe ihn nicht wirklich getötet, aber... Ihr wisst, was ich meine. So. Dann habe ich mal vom nächsten Spieler weg. Der ist zwar noch eine gute Distanz entfernt, aber... Oh, das Deathmatch fängt an. Das ist natürlich... Das geht ja von meinem Equip her. Das ist zwar nicht das Beste, aber... Ich freue mich noch irgendwas zum Heilen. Einen Bogen wäre noch toll. Dann vielleicht habe ich ja Glück und hole im Deathmatch schnell ein. Und bekomme dann noch ein bisschen Equip, sofern da nicht irgendwer abstaubt kommt. Ähm, ach ja, weil ich noch erwähnen wollte... Äh, was ich... Ja, nice. Noch eine vernünftige Rüstung. Ähm, was ich noch gar nicht gemacht habe, ist... Ähm... Bevor das Deathmatch startet und ich vielleicht noch... ...hatschig regenerieren kann. So. Erstmal was essen. Dann. Bin ich jetzt mal etwas vorsichtiger. Fuck. Komm. Das hat doch schön geklappt. Ich weiß zwar nicht, was der gemacht hat. Mal gucken. Regeneration. Liegt hier noch was, was ich brauche? Nein. Nice. Das war eine schöne Runde. Äh, ach ja, um jetzt hier noch ganz... Ja, ich habe gehackt. Sieht man ja auch. Wie jedenfalls auch in der Aufnahme. Ich habe nun Regeneration-Forschung genommen. Und ordentlich geht das. Aber auch egal. Ähm, heute kommt noch mal Minecraft ab. Morgen. Äh. YouTube. Ja. Wurde das noch gesendet? Ja, nein. Ich weiß es nicht. Egal. Äh. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Äh. Ab morgen läuft auch mal alles, wie es im Uploadplan steht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.